Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir haben hier das brandneue Samsung Galaxy Z Flip 4. Original verpackte Siegel sind noch drauf, in der, ich meine es ist die Basisversion. Ja, 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz, kostet 1100 Euro oder Marketing-Sprech 1099. Wir packen das Gerät mal fix aus, ich erzähle noch ein bisschen was dazu. Siegel sind noch auch zu und machen wir mal ganz fix auf, gucken einmal rein. Und es gibt natürlich auch noch andere Versionen vom Flip 4. Für 60 Euro Aufpreis bekommt ihr doppelten Speicher, also 256 GB. Und von der Version dann nochmal für 120 Euro Aufpreis gibt es dann auch, ich sag mal, nochmal doppelten Speicher oder von der Basisversion gerechnet vierfachen Speicher. Ja, es gibt wahlweise auch wieder diese Bespoke Edition, also die Samsung dann speziell anfertigt, wo man die Farben auswählen kann für die, ich sag mal, das obere Rückseitenteil, das untere Rückseitenteil und den Rahmen. Das bekommt man nur bei Samsung. Das kostet dann, es gibt es übrigens auch nur in der mittleren Version mit 256 GB Speicherplatz. Da zahlt man sozusagen 40 Euro Aufpreis, dann in Summe 1200, nur dafür, dass es gebaut wird. Wir haben eine Folie drauf, jetzt einmal ganz kurz abziehen, ist wieder diese, naja, was soll man sagen, Samsung draufklebt Folie. Und wer sich jetzt fragt, Samsung rettet doch die Meere, sie holen da Plastik raus, um ihre Recyclingverpackungen zu basteln. Und ja, auch auf den diesjährigen Foldables, sowohl auf dem Flip und jetzt als Spoiler auch auf dem Fold, werden wir wieder jede Menge Aufkleber, jede Menge Plastik-Schnipselchen über am Rahmen sehen. Einmal wieder komplett rum, ich weiß nicht, ob die Kamera das bei diesem glänzenden schwarz-grauen Rahmen einfängt, aber ihr könnt es hier schon sehen, da geht es schon los. Einmal wieder, man ist sehr lange damit beschäftigt, bis man hier einmal überall wirklich das ganze Plastik runtergefisselt hat. Und ich bleibe dabei, ich kann Samsung da null verstehen, warum sie das machen. Ich meine, die Dinger kommen doch eingepackt in der Box. Was soll denn denn, wenn die da drin liegen mit dem Rahmen? Ich meine, Samsung, das müsst ihr mir echt mal erklären, wo da dieser Drang, kein anderer Hersteller macht das, ja. Wo da der Drang hinkommt, vor allem hier, guck mal, sogar in der Innenseite vom Scharnier, da ist dann Plastik dran gemacht. Hier, guck mal, das Ding wird aufgeklappt, was soll denn da passieren? Naja, aber was schön ist, ihr seht hier die schwarze Version. Ich hatte ja schon die Möglichkeit, mir alle vier verschiedenen Farben vom Flip anzugucken, also dieses schwarze oder Grafit, wie Samsung es nennt. Dann gibt es ja diese goldene Version, was so weiß, gold, beige in diese Richtung geht. Dann haben wir wieder eine lila Version oder purple irgendwas. Und dann gibt es auch eine dezente blaue Version, die auch nett daherkommt. Alle drei Flipfarben sind aber mit einer matten Rückseite und dann halt dem glänzenden Rahmen, der gar nicht so weit auffällt. Vor allem ist es mir in der Kombination glänzender Rahmen, matte Rückseite deutlich lieber, was die Fingerabdrücke angeht. Oh Gott, wie kommen wir denn hier an dieses Plastikzeug kommen? Naja, naja. Also, das wollen wir uns jetzt gar nicht angucken. Wir haben den An- und Aus-Taste wieder in der Seite vom Gerät. Ich schalte es auch mal ganz kurz ein, damit ich auf da einige Fragen und Dinge eingehen kann. Wir lassen es einmal hochfahren. Samsung Galaxy und das äußere Display ist auch wieder mit dabei. Ist gleich geblieben zum Vorgänger, zum Flip 3. Also 1,9 Zoll. Hat jetzt aber ein bisschen mehr Funktionen, kann ich ein bisschen mehr rumwischen. Und wo wir gerade die Rückseite haben, die Kameras sind ja verbessert worden. Und die stehen jetzt auch leider raus. Beim Vorgänger war es ja eigentlich plan. Jetzt steht es raus. Und ja, während der jetzt hochfährt, hoffentlich, jetzt hat er sich nicht verabschiedet, aber da, da kommt es. Hätten wir jetzt auch mal ganz kurz was sagen können, denn das innere Display sind jetzt 6,7 Zoll. Ist auch so ein 1, also LTPO, 120 Hertz Display, aber auch das innere Display von 1 bis 120 Hertz, was wieder beim Stromsparen helfen soll. Auflösung Full HD Plus, ganze Gerät, 187 Gramm. Und apropos, was sehr schön ist, ja, Sie haben es ein bisschen vielleicht kantiger gemacht, die Hinge oder hier der Klappmechanismus klappt deutlich klappiger. Also dieses Zuklappen ist deutlich befriedigender. Ich kann natürlich auch nach wie vor Captain Kirk machen. Ich weiß, da kriegen Samsung-Mitarbeiter immer Schnappatmung. Ich habe es aber jetzt mit eigentlich allen Flips bisher immer mal wieder so gemacht. Das hat noch keinem geschadet. Und ja, viel Erfahrung. Die Linie oder die Falte, da hat Samsung dieses Jahr nichts dran gemacht. Da hat auch die PR-Marketingabteilung, da sind die auch gar nicht groß drauf eingegangen. Das ist wie immer, sage ich jetzt einfach mal. Ja, man sieht es. Ja, man spürt es. Aber als jemand, der die Foldables ja schon lange genutzt, natürlich wäre ohne geiler. Ja, aber es ist halt nichts, wo ich jetzt total schnaufe und mir denke, das stört mich jetzt total. Aber sie ist nach wie vor da. Man merkt sie und man sieht sie, je nachdem, wie das Licht ist. Wenn ich aber von vorne drauf gucke, genau wie jetzt mit der Kamera, fällt es auch gar nicht auf. Da fällt dann lieber die 10 Megapixel Frontkamera, die gleich geblieben ist, glaube ich, eher auf. So, jetzt gehen wir ums Gerät rum. An- und Austaste wieder, also ist gleichzeitig auch der Fingerabdrucksensor. Hat den Vorteil, egal ob ich zugeklappt habe, ich komme dran oder kann es entsperren. Als auch, wenn es im aufgeklappten Modus ist, kann ich es damit entsperren. Nachteil an der Leiser und Lauter da oben, kommt man nur sehr schwer. So gerade als Rechtshänder, an Leiser gar nicht. Als Linkshänder ist es komplett unmöglich, da oben dran zu kommen. Oben Mikrofon, Antennenstreifen, links SIM-Kartenschacht, da passt im Flip nur eine physische SIM-Karte rein. Wir haben aber trotzdem Dual-SIM-Funktionalität durch eine ISIM-Möglichkeit. Das geht. Mikrofone unten, USB-C, Lautsprecher. Ich glaube, wir haben USB-C nach wie vor wieder nur 2.0. Aber eine IPX8-Zertifizierung. Also Staub, Sand, nein, aber wasserdicht. So, oder wassergeschützt. Das war das einmal, was wir hier haben. Gucken wir mal, was sonst noch in der Box kommt. Die kleine Box verrät es, da passt kein Ladegerät rein. Geladen wird das Flipkabel gebunden mit bis zu 25 Watt. Ist jetzt nicht wirklich schnell. Trotzdem nennt Samsung Fast Charging. Drahtloses Laden geht auch bis 15 Watt. Und ich glaube, Reverse Wireless Charging geht bis 5 Watt. Dann haben wir noch einmal Papier und, was ich jetzt ganz ehrlich, Samsung sei da ein bisschen inkonsequent. Weil, gut, ich habe hier ein Starter-Guide. Da ist jetzt wirklich nicht viel zu sehen. Außer, wo man die SIM-Karte reinpackt und so ein paar Frequenzen oder Herzen. Aber da sieht man nichts. Aufkleber gibt es auch nicht. Das, wo Samsung jetzt meiner Meinung nach total aber inkonsequent ist. Jetzt sparen sie sich das Netzteil, packen aber trotzdem Stromkabel oder ein USB-C auf C-Kabel dabei. Warum denn das noch? Wo soll ich am Rechner aufladen oder so? Also, es ist auch so was. Wie kann denn Samsung davon ausgehen, dass Leute Ladegeräte zu Hause rumliegen haben und vor allem dann auch USB-C-Ladegeräte? Das ist ja das Bananige. Wenn Samsung sagt, die Leute haben ja sowieso so viele USB- oder Ladegeräte zu Hause, ja, dann sind das aber die normalen USB-Stecker, also Typ A und nicht Cs. Und dass sie dann überhaupt ein Kabel dabei packen. Ich habe Fragen. Aber was mit dem Plastik riegt mich eh auf. Und ein SIM-Karten-Tool haben wir noch dabei. So, das ist einmal alles, was beim Flip dabei ist. Kleiner Spoiler, weil ich ja hier die schwarze Version habe. Kabel ist nicht wie bei Apple. Die sind, also zumindest im Vergleich zum MacBook Air jetzt zu den neuen, die sind alle schwarz. Also auch wenn ich eine goldene, lila, purple Version habe, blaue Version, Kabel sind immer schwarz. So, und das war es auch schon. Erster Eindruck. Samsung hat natürlich hier wieder ein Schrittchen besser gemacht. Dadurch, dass wir aber unter der Haube den Snapdragon 8 Plus Gen 1 haben, der bei TSMC gefertigt wird, mache ich mir sehr viel Hoffnung, was den Akkuverbrauch angeht. Der sollte dadurch geringer sein. Natürlich aber auch eine bessere Performance als beim Snapdragon 888, dem aus dem Fold 3. Da bin ich sehr positiv. Und vor allem hat das Flip im Gegensatz zum Fold 4 ja den größeren Akku spendiert bekommen. Nicht mehr 3.300 mAh, sondern wir haben jetzt hier 3.400 mAh. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass man mit so einem Flip auch gut, gemütlich durch den Tag kommt oder sowas. Warte mal, ich muss ja wieder mit mehreren Fingern. Warte mal, turn auf, hold with 2 Fingern vor 5 Sekunden. Na, kommst du wieder. Ist ja auch egal. Das ist jetzt hier kein Einrichtungsvideo, das machen wir auch noch gleich. Und dann suche ich mal nochmal einen Vorgängerflip raus und dann gucken wir uns ein bisschen was an. Das ist im Endeffekt, was dabei ist. Nicht wirklich viel. Und das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.